Hallo und herzlich Willkommen zu einem neuen Beauty's Video auf diesem Kanal. Und ich gehe jetzt weg. Weg mit dir. Das war eine schwere Geburt. Halt weg. Das hat sie die ganze Zeit an, du musst immer pupsen. Ja, du tust so. Ich weiß, du pupst den ganzen Tag hier. Also, wir haben uns gedacht, wir spielen jetzt. Hier ist Mary Slap. Slap. Aua. Lass mal so einen Fake-Schlag probieren, okay? Wir spielen jetzt Kiss, Mary Slap. Und wir haben jetzt hier so ein paar Namen von ganz tollen TikTokern aufgeschrieben. TikToker Edition. TikToker Edition. Wie fängst du an? Ja, ich fang an. Ich will hier weiter unten. Ich glaube, du hast einen guten Namen nach unten. Wie guten Namen? Ich weiß gar nicht, welchen Namen du alle aufgeschrieben hast. Son. Milane. Anacola. Okay, also Milane marry ich auf jeden Fall. Weil Liebe, sie ist so eine Süße. Anacola kenne ich nicht persönlich. Aber da eh könntest du so ein Begrüßungsküsschen vielleicht geben. Ja, safe. Dann Kiss und so ein Slap. Okay, ich bin dran. Zinn, it's Dima. It's Dima. Okay. Theo. Oh. Auch voll schwierig. Ich glaube, ich würde Theo küssen. Dima würde ich heiraten. Und Finn würde ich slapen. Zinn kenne ich gar nicht. Also ich finde es so witzig. Ich kenne sie halt von TikTok. Die würde mich dann einfach zurückschlagen. Deswegen auch für Herstel. Ähm, nee, ich glaube, ich würde Theo heiraten. Vielleicht würde ich auch Theo heiraten. Naja, egal. Ähm, kann ich alles sagen. Achso, ich bin dran. Okay. Lara, was steht da? Lara Wundersson. Tim Schäcker. Oh, guter Name. Melera. Also Melissa. Oh. Oh, okay. Also tut mir leid, Lara slap ich halt. Ich kenne sie nicht. Oh nein. Schwierige Frage hier. Tim und Melissa. Ich würde Melissa safe heiraten. Ich liebe Melissa. Und Tim, äh, küssen. Würdest du ein Bussi geben? Vielleicht auch. Ein, okay. Okay. Ich bin dran. Jonas Ems. Oh. Ich kenne ihn gar nicht persönlich. Achso. Ähm, Bene. Oder Bene. Sorry. Bene. Regt dich auf, wenn du Bene sagst. 24 Tim. Oh nein, das ist richtig schwer. Hey, halt gar nicht. Den würde ich ja gerne mal küssen. Also müsstest du jetzt überlegen. Brauchst du ihn jetzt nicht zu tun. Aber wenn du jemanden heiratest, kannst du ja dann immer mit Ding. Okay, ich glaube, ich würde Jonas heiraten. Jonas. Äh, nee. Jonas würde ich küssen. Tim würde ich schlagen, glaube ich. Und Bene würde ich heiraten wahrscheinlich. Alright. Aber Tim ist halt so, weil ich, äh, Tim halt am besten kenne von allen. Und dann ist es so ein freundschaftlicher Schlag einfach. Du hast da nie wieder Kontakt zu sehen. Du könntest ihn da nie wieder sehen. Okay, okay, nee, dann mache ich es so. Dann heirate ich trotzdem Bene, Jonas Schlag und Tim. Mit der kriegt ein Kost. Wenn ihr wollt und es noch nicht gemacht habt, dann könnt ihr sehr gerne auf den Kanal abonnieren. Äh. Okay, ich bin dran. Ah, Jamal. Jamal. Lea will. Wie viele. Oh. Ah. Luis Freitag. Ich wollte hier rot werden. Ähm. Ja, Luis will dich verraten. Jamal. Kissen und Lea. Ja, Luis Freitag. Weiter geht's. Ich hab hier Mario November. Dann habe ich. Emir. Oh. Jakob. Wer ist Jakob? Oh. Oh. Das wird fast ab jetzt. Ähm. Ja, ich würde halt alle küssen. Ich glaube, ich würde Jakob heiraten. Jemiel würde ich küssen. Mua. Mario würde ich slap machen. Nur. Weil keine andere Wahl war. Ja, weil keine andere Wahl ist. Tut mir leid. Ich kenne ihn auch nicht persönlich. Ja, würde ich auch genau so. Ich kenne Jakob auch nicht persönlich, aber ja. Kann man ja ändern. Okay. Okay. Okay, warte geht's. Ken? Oh, ich liebe Ken. Ja, ich auch. Jule? Uh. Oh, oh. Das ist wirklich ein heißes Rennen. Videozeug. Okay. Okay, Feli würde ich slappen, weil ich kenne sie persönlich. Also ich glaube, die haben mal etwas geschrieben. Und noch Schuhe. Ken würde ich heiraten. Ich liebe Ken. Und Jule würde ich küssen. Ja. Lea Katharina. Mhm. Marie-Sophie. Und Herr Anwalt. Oh, oh, oh. Doch, keine Gehörterung. Okay, warte mal. Oh, okay. Das ist interessant, was du da jetzt sagst. Wenn ich Herr Anwalt schlagen würde, würde ich wahrscheinlich eine fette Strafe kassieren. Deswegen glaube ich das nicht. Fette Anzeige. Oh, oh. Ach, das ist richtig schwer. Marie-Sophie würde ich heiraten. Ich glaube, ich würde dann doch Herr Anwalt schlagen, weil ich jetzt ein bisschen Bock auf so ein bisschen. Oh. Tee. Oh. Tee. Wenn ich Herr Anwalt küssen würde, wäre es auch cringe. Ja. Okay, wir mussten gerade auf mein Handy umswitchen, weil meine Kamera fritzen macht. Deswegen nochmal hier. Ich würde Marie-Sophie heiraten. Herr Anwalt würde ich slappen. Und Lea würde ich küssen. Mua. Bauschi. Angelina. Nick Kaufmann. Oh, sie freut sich richtig. Anyway. Uff. Das ist a hard one. Boah, ich weiß nicht. Ja, Bauschi ist schon heiß. Nick ist aber auch. Und Angelina. Nee, ähm. Nee, ich glaube nicht mit Angelina slappen, weil ich glaube, ich kenne sie am wenigsten. Außerdem müssen wir Julian Brown slappen. Ich kann mich nicht entscheiden. Oh, die Hannah-Mann kann nicht alles haben. Kann ich nicht beide heiraten? Nein. Boah, das ist, ja, ich glaube, ich würde Nick heiraten. Mua. Okay, weiter geht's. Ich habe Nessi und Ina, Felix und Julian. Okay, ich glaube, ich würde Julian slappen, weil er eine Freundin hat. Nessi und Ina würde ich beiden einen Kuss geben, weil sie jetzt gerade heiratet haben. Ich glaube, ich kann mich da nicht so einfach rein heiraten. Und Felix würde ich heiraten. Ja. Ich glaube, ich würde es genauso machen. Ja. Ja. Von mir. Chris. Chris Vasek. Lisa Küppers. Dahlia. Oh, also Dahlia würde ich heiraten. Echt? Ich mag die, Alter. Ja. Boah, Chris und Lisa. Habe ich beide bei Lisas Party kennengelernt. Habe Lisa bei ihrer Party kennengelernt. Ähm, Chris mega sympathisch, lieber Lisa aber auch. Ich glaube, ich würde Lisa küssen. Mua. Sorry. Sorry, Chris. Habe ich hier einmal, ach, wieso ist sie so klein, Konrad, Julia Peutix. Oh. Liebe Sie. Und Jul. Ähm, ich glaube, ich würde Julia Sec heiraten, ich liebe Julia. Das ist einfach klar. Konrad würde ich küssen, glaube ich. Mua. Und Jul würde ich slappen. Es tut mir leid. Marek. Marek heirate ich. Ist mir egal, weil er als nächstes kommt. Ja. Marek heirate ich. Levin küss dich und Wutke. Abhol. Also Marek heirate ich. Also. Oh. Marek, wann war das Datum? Ähm. Ja, Levin hat eine Freundin. So. Äh. Ja. Nee, ich weiß nicht. Levin. Und Wutke. Mua. So, das war es mit Kiss, Mary, Slap. Ob irgendwas davon jemals in die Tat umgesetzt wird, das wird sich zeigen. Wer hat euch auf den Laughnen? Genau. Auf Wiedersehen. Ach so, ja, aber die Hochzeit mit Marek steht ja sowieso schon. Ach so, okay. Ja. Ähm. Okay, also, falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, könnt ihr das sehr gerne machen. Ich probiere auf jeden Fall wieder, Kira hier zu werden. Und. Ich auch. Kommentiert gerne mal. Ach, fokt mir überall. Sorry. Kommentiert bitte. Also, ihr könnt gerne kommentieren, was ihr noch für Videos sehen wollt. Tschüss. Oha. Awww